So meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video und direkt eine Knallernachricht hier vorweg. Der Mietpreisdeckel ist verfassungswidrig, das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe heute entschieden, ist heute rausgekommen und die Nachrichten überschlagen sich hier damit. Und ich finde, das ist eine gute Sache, dass das so durchgegangen ist, beziehungsweise, dass dieser Mietendeckel jetzt in Berlin wieder ad acta gelegt werden muss. Und das zeigt auch ganz klar, welche falsche Politik Rot-Rot-Grün in Berlin praktiziert, die nämlich verfassungswidrig ist. Und das muss man sich mal überlegen, was das heißt. Hat der Senat etwas beschlossen, was gegen die Verfassung verstößt? Unvorstellbar. Ganz, ganz krass. Um mich abzuholen für alle die, die das Thema nicht so auf dem Schirm haben, ich habe das ein oder andere Video darüber gemacht. Es gibt einen Mietendeckel, sodass Mieten nur noch bis zu einem bestimmten Betrag und in einer bestimmten Zeit und so weiter nur noch geringfügiger bis gar nicht mehr erhöht werden können, jetzt mal ganz salopp gesprochen. Und das Ganze hat der Senat in Berlin, wie gesagt, Rot-Rot-Grüne Regierung, beschlossen. Vor ein paar Jahren schon. Das Ganze ist aber dann dazu ausgeufert, dass beispielsweise viele Wohnungen Leerstand hatten in Berlin. Warum war das der Fall? Das war einfach der Fall, dass viele Vermieter gesagt haben, ohne eine Preiserhöhung, weiß ich ja gar nicht, wie soll ich denn jetzt überhaupt das Ganze noch bezahlen? Ich lasse hier lieber Leerstand, weil diese Klage ja auch eingereicht war vor zwei Jahren circa schon oder vor anderthalb Jahren, wann es gestartet wurde. Und man dann gesagt hat, ich warte das Ganze erstmal ab und gucke, wie sich das entwickelt. Aber auf jeden Fall hatte Berlin deutlich mehr Leerstand. Was ist dadurch passiert? Dadurch sind für die paar Wohnungen, die noch verfügbar waren in Berlin, die Mietpreise natürlich gestiegen. Man hat also quasi die Miete nicht wirklich begrenzen können, sondern das Ganze ist nochmal gestiegen. Und ganz zahlreiche Widersprüche, die da sind bei dieser Idee, bei diesem Prinzip, so etwas kann nicht funktionieren. Der Markt reguliert sich immer selbst, das ist ganz klar. Wenn viele Leute natürlich nach Berlin ziehen möchten, dann ist es logisch, dass die Preise dort auch ansteigen. Und wenn dort auch die Steuern hoch sind, wenn dort auch andere Nebenkosten hoch sind, dann ist es logisch, dass das natürlich teurer ist, dort zu wohnen, als irgendwo auf dem Land in Brandenburg beispielsweise. Dafür muss man nicht rechnen können, das ist ein logisches Denken. So, und jetzt ist das Ganze, wie gesagt, vom Verfassungsgericht, also Bundesverfassungsgericht hier gekippt worden. Aber interessant finde ich an dieser Stelle, und das sollte man auf jeden Fall hier sagen, denn das geht nämlich sonst ein bisschen unter. Ich habe mir das Ganze nämlich nochmal rausgesucht, weil ich das Ganze so im Kopf hatte. Abschließende Beratungen ohne Absprache war eine Sitzung im Bundestag am 13. Februar 2020. Und ein einer oder andere wird sich daran erinnern, Mietenbegrenzung in Berlin, Zitat von Bundestag.de hier, ganz offizielle Quelle, mit allen übrigen Stimmen des Hauses lehnte der Bundestag einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel, Zitat, Antrag auf Normenkontrolle beim Bundesverfassungsgericht, gemäß Paragrafen und so weiter, hier zur Mietenbegrenzung im Land Berlin ab. Ach, das ist ja interessant. Die AfD hatte also hier eine Normenkontrollklage versucht anzustoßen, welche abgelehnt wurde. Okay, jetzt suchen wir uns mal die aktuellen Informationen raus. Wieso ist das Ganze denn jetzt beim Bundesverfassungsgericht gelandet? Zitat von der Wild. Die Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht haben mehr als 280 Bundestagsabgeordnete von FDP und Union angeschlossen, mit einem gemeinsamen Normenkontrollantrag, bei dem Gesetze überprüft werden, ob sie Verfassungsreformen sind. Sie wollten erreichen, dass zentrale Passagen des Gesetzes vernichtig erklärt werden und hatten Erfolg. Habt ihr das realisiert, was das gerade bedeutet, was ich euch vorgelesen habe? Das bedeutet allen Ernstes, der Kindergarten, der sich Bundestag nennt, ist hingegangen, hat die Normenkontrollklage, die die AfD eingereicht hat, abgewiesen, dagegen gestimmt, selber, dasselbe in Grün quasi gemacht, FDP und Union, also CDU, CSU, und das wurde dann bewilligt, das wurde dann abgestimmt und das ist jetzt das Ergebnis. Also Leute, was hier mittlerweile abgeht und wisst ihr, das Schlimme ist ja, also ich äußere mich ja positiv wie negativ zu jeder Partei, zu der einen oder anderen mehr oder weniger, weil mir das eine oder andere missfällt. Bei den Grünen beispielsweise bin ich sehr, sehr oft kontra, gab auch schon mal das eine oder andere Video, wo ich was Positives gesagt habe. Aber was möchte man denn hier? Möchte man für sich diesen Erfolg einheimsen, FDP und Union, weil in diesem Bildartikel kann ich nirgendwo finden, dass es von der AfD bereits diesen Antrag vorher gegeben hat, dass er wiederum von diesen und anderen Bundestagsabgeordneten abgelehnt wurde und im Endeffekt der dann nochmal, von mir aus in der eigenformulierten Variante, selber eingestellt wurde. Wer ist der Leidtragende daran, was die da für einen Kindergarten machen, weil sie der AfD diese Lorbeeren nicht gönnen oder was weiß ich? Das sind wir Bürger. Das sind wir Bürger, die darunter leiden. Wir Bürger ist auch das gute Stichwort dafür, denn das, was jetzt passieren wird, ist ja ganz klar. Über die nächsten Wochen und Monate hinweg wird es passieren, dass viele Mieter nachzahlen müssen in Berlin, weil sie natürlich jetzt keine Mietpreiserhöhung oder nur eine geringere Erhöhung hatten in den letzten paar Jahren und der Vermieter sagt jetzt, ja gut, das war illegal, also dieses Gesetz war nicht regelkonform, dann kann ich ja jetzt die Mietenerhöhung rückwirkend einfordern. Und das ist das gute Recht dieser Person, natürlich. Und dann muss man sich mal überlegen, was das für Folgen für die betroffenen Mieter hat. Also so viel zum Thema Rot-Rot-Grün, alles für den Bürger, alles ganz toll. Wenn man doch hingeht und ein Gesetz, so eine Mietpreisbremse als Gesetz durchführt, dann muss man doch klar wissen, dass das Ding nicht verfassungskonform ist, dass das Ding gekippt wird. Das haben vor Jahren schon zahlreiche Leute gesagt, die sich mit diesem Thema sehr gut auskennen. Ja, ansonsten kommt hier natürlich jetzt auch noch der kleine Alpha-Kevin um die Ecke. Ihr kennt ihn alle, Kevin Kühnert, seines Zeichens von der SPD. Kevin Kühnert fordert bundesweiten Mietendeckel, schreibt der Tagesspiegel. Also, ich glaube, der Kevin hat den Schuss nicht gehört. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende, Zitat vom Tagesspiegel, Kühnert, fordert in diesem Zusammenhang einen bundesweiten Mietendeckel, damit rechtssicher in angespannten Wohnungsmärkten Mieten gesenkt werden können. Zitat, das Bundesverfassungsgericht hat Klarheit geschaffen. Einzelne Bundesländer können keinen Mietenstopp beschließen. Der Bund kann dies sehr wohl. Hier wird vom Land Berlin gegen die Verfassung quasi vorgegangen, einen Rechtsbruch begangen, muss man ja an der Stelle schon sagen. Und dem Kevin fällt nichts anderes ein, als zu sagen, ja gut, dann muss der Bund kommen und das Ganze durchführen. Also, ich frage mich allen Ernstes, wo sind diese interessanten und guten Köpfe aus Zeiten von der SPD? Die gibt es einfach nicht mehr. Was aus der SPD geworden ist, ist wirklich faszinierend. Der Untergang der SPD, Zitat von Ferris, der Untergang der SPD hat viele Gesichter, kann man dazu sagen. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Und jetzt ein letzter Punkt noch dazu. Jetzt stellt euch mal vor, wir bekommen wirklich eine rot-rot-grüne Bundesregierung. Ja, Prost Mahlzeit, da sind wir aber alle im Arsch. Natürlich gehen wir auch noch auf die aktuelle Situation bezüglich des Bundes-Lockdowns ein. Wir wissen, da geht es richtig rund. Und die Abstimmung wird voraussichtlich in der nächsten Woche stattfinden. Morgen gibt es so eine kleine Infoveranstaltung an. Anders kann man das eigentlich nicht mehr bezeichnen, was dann im Bundestag abläuft. Und ich habe gestern darüber berichtet, dass Olaf Scholz, ja, so Diskussionen und so darüber sind nicht erwünscht. Die sind alternativlos, so nehme ich das Ganze wahr. Ja, wie er es schildert, ach, das ist einfach, er lernt gerade ja halt von Merkel. Jetzt heißt es hier in der Bild, Zitat, wegen Bundes-Lockdown, Aufstand in der SPD gegen Scholz. Zitat weiterhin, jetzt wird es aus für Olaf Scholz ungemütlich, weil der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat von Angela Merkel den geplanten Bundes-Lockdown unterstützt. Gibt es einen Aufstand in der Partei? Ja, und da sind zahlreiche Stimmen. Ich bin kein Fan von ihm, das ist der Parlamentsgeschäftsführer von der SPD, der Carsten Schneider. Könnt euch ja gerne mal seinen Lebenslauf angucken. Das ist schon traurig, dass solche Leute im Bundestag sitzen dürfen. Wir müssen Spaziergänge ermöglichen, sonst kriegen die Leute einen Knall, sagt er hier. Und er selbst sei in einem Erfurter Plattenbau aufgewachsen und wisse, wie es sich anfühlt, in engen Wohnungen zu leben. Oder auch gibt es dann hier einen Bundestagsabgeordneten von der SPD, der droht mit, das ist der Post, der droht damit, gegen die bundesweite Ausgangssperre zu klagen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete von der Post droht mit einer Klage gegen das neue Infektionsschutzgesetz, sollte es keine substanziellen Änderungen geben. Olaf Scholz verteidigt die Ausgangssperre als verhältnismäßig und die wären auch besonders effektiv und würden was bringen. Also da gibt es ja zahlreiche Statistiken, zahlreiche Nachweise auch aus anderen Ländern, dass sie nachweislich nichts gebracht haben, eben das. Aber das wird natürlich wieder nicht mit in die Waagschale geworfen. Es wird nicht mit in die Waagschale geworfen, was das psychisch macht, was das geistig mit vielen Leuten macht, was das körperlich mit vielen Leuten macht, dass man nicht mehr abends raus darf, mal ein bisschen noch spazieren gehen, was das auch finanziell bei vielen Firmen miteinander zu tun hat. Das ist alles irgendwie unerheblich. Alles läuft gerade einen ganz gewissen Plan. Aber selbst auch, hier heißt es auch weiterhin in der Bild, ein Geheimgutachten ist geleakt worden, hat der Bild nämlich wieder mal zugespielt bekommen. Eigene Experten zerfetzen Merkels Ausgangssperre. Ja, morgen möchte die Kanzlerin das Ganze ja quasi durchs Parlament bringen, wie gerade schon geschildert. Aber im Endeffekt gibt es hier schon sehr, sehr kritische Stimmen ihrer eigenen Experten. Die Beschränkung der Anzahl zulässiger Kunden für eine bestimmte Quadratmeterzahl im Einzelnen sei bereits mehrfach gerichtlich beanstandet worden, habe ich auch teilweise darüber berichtet, oder auch automatische Schließungen von Kitas und Schulen seien besonders problematisch, heißt es hier. Denn sie widersprechen dem Recht auf Bildung, der, Zitat, rein inzidenzbasierte Maßstab, der die bundesweite Verbote auslöse, sei angreifbar, also auch aufhebbar. Weil hier müssen auch andere Inzidenzen mit reinbezogen werden, zum Beispiel R-Faktor, Zahl der Intensivpatienten etc. Aber nein, man konzentriert sich nur auf den einfachen Inzidenzwert und das ist das Maß aller Dinge schon seit Monaten. Das ist, das kann, das sagt doch der logische Menschenverstand schon, das kann nicht logisch sein und auch nicht rechtens sein. Das passt einfach nicht. Schreibt mal eure Meinung unten rein, war schön auch mal ein großes, langes, anderes Thema mit diesem Mietthema am Anfang des Videos zu haben. So ein bisschen als Abwechslung zu dem zweiten Thema jetzt. Schreibt mal eure Meinung gerne dazu unten rein, Daumen hoch fürs Video, wenn es euch gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, bis zum nächsten und ciao.